Hey, willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge geht es um Edelsteine, wie man sie reinigt und wie man sie auflädt und was eigentlich dieses Entladen bedeutet. Und ja, ich erzähle euch so ein bisschen den Hintergrund dazu, dass ich das mega stressig früher fand und wusste gar nicht, okay, wann soll ich denn jetzt meine Edelsteine überhaupt reinigen und sollen die jetzt unter den Neumond oder unter den Vollmond und in die Sonne, aber vielleicht auch nicht alle Edelsteine und kann ich die waschen und wie kann ich die waschen und ja, wann, wie, wo, was mache ich da alles? Und ich hatte da gar kein Gefühl dafür und habe ehrlich gesagt ziemlich viele Stunden im Internet recherchiert und bin daraus auch nicht so wirklich schlauer geworden. Ein paar Jahre später mache ich jetzt hier diese Podcast-Folge und bin an diesem Punkt, wo ich mir denke, Leute, vergesst, was ihr alles wisst, hört euch einfach diese Podcast-Folge an, lest meinen Blogartikel dazu und ich erzähle euch einfach, wie ich das mache. Ich werde trotzdem einige Methoden, Varianten mit euch teilen, die ich kenne und die ich in meinen bisherigen Recherchen gesammelt habe und die ich teilweise selbst ausprobiert habe, also einige davon und ja, es ist eine neue Reihe Spirit 101, also wir werden einige Spirit-Themen abhandeln in dieser Serie, einfach so Grundlagenwissen, Basiswissen, aber 101 hört sich irgendwie so ein bisschen cooler an, bisschen more fancy und genau das ist, was wir wollen. Alright, viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Live in Wonderland. Megaschön, dass du eingeschalten hast und ich freue mich, dass du hier bist. Vielleicht kennst du mich, ich bin Annemarie und ich liebe Edelsteine. Ich habe sie eigentlich überall in meiner Wohnung, Haus, slash, egal wo ich bin. Ich habe Edelsteine ehrlich gesagt überall dabei. Ich habe Edelsteine in meiner Tasche, ich nehme Edelsteine mit zum Reisen, ich habe Edelsteine auf meinem Altar, auf meinem Schreibtisch, unten in der Küche, auf meinen Nachttischschränkchen. Du siehst, ich bin ein kleines Fangirl von Edelsteinen und fand es am Anfang meiner spirituellen Reise auch ganz, ganz, ganz spannend. Ich weiß gar nicht, wann hatte ich meine ersten Edelsteine. Ich erinnere mich noch, dass ich als Kind in einem Edelsteinladen war und fand das schon damals total faszinierend. Und ich finde, das gehört so, ja, wenn man sich mit dem Thema Spiritualität beschäftigt, dann ist das so, uh, ja, Edelsteine und was mache ich damit und bla bla bla. Wir hören dann halt auch immer wieder, die muss man reinigen und es gibt verschiedene Methoden und wie ich im Intro schon erwähnt hatte, das hat mich irgendwie mega überfordert und ich konnte es gar nicht richtig greifen, das Thema. Edelsteine sind für mich eine andere, ja, wie jetzt zum Beispiel Tiere eine Art Existenzform ist oder sind, oder wir Menschen oder Pflanzen sind Edelsteine als Mineralien auch eine bestimmte Wesensform für mich. Und sie haben auch ein eigenes Bewusstsein und vielleicht haben sie sowas auch wie Karma und eine eigene Evolution und eine Seele, aber ich glaube, das ist Ansichtssache und da darf jeder für sich selbst reinfühlen, was da die eigene Wahrheit ist. Und ich erzähle hier einfach nur ein bisschen so meine Perspektive und ich glaube, beim Thema Spiritualität geht es auch immer nur um die eigene Perspektive. Also wir können nie sagen, das ist jetzt hundertprozentig so oder so. It's not possible. Du kannst Edelsteine für viele unterschiedliche Möglichkeiten verwenden. Ich liebe es einfach, sie anzuschauen oder sie in die Hand zu nehmen oder sie einfach in meiner Umgebung zu platzieren. Und ich finde, das gibt mir einfach einen schönen Vibe in meiner Umgebung und es gehört irgendwie für mich ein bisschen so dazu. Aber im Idealfall schaust du einfach, woher kommen deine Edelsteine und so weiter. Und da wären wir schon beim Punkt der Reinigung. Und zwar kaufst du vielleicht einen Edelstein oder bekommst ihn geschenkt. Wenn du einen Edelstein geschenkt bekommst, sagt man, dass es eigentlich schon so eine hohe Energie ist, dieses Geschenk, dass du deinen Edelstein eigentlich nicht reinigen oder aufladen musst und dass dieser Edelstein quasi immer diese positive Energie von der Liebe deines Gegenübers, der dir das Geschenk gemacht hat, beinhaltet. Aber es kann ja natürlich sein, dass du den Edelstein in einem Geschäft gekauft hast oder online gekauft hast und möchtest ihn jetzt vielleicht reinigen. Oder du hast deinen Edelstein einige Male verwendet oder zum Meditieren verwendet. Ich nutze es gerne in meinen Händen, wenn, ja, manchmal sehe ich das so ein bisschen als Notlösung, in Anführungsstrichen, wenn ich zum Beispiel so eine voll negative Energie in mir habe und es fühlt sich so unangenehm an, so wie Anxiety. Und ich arbeite jetzt nicht so, dass ich irgendwas rausschüttel, sondern möchte eine Meditation machen. Dann nehme ich mir beispielsweise einfach Bergkristalle und nehme die so in meine Hände und leite dann meine Energie aus dem Körper in die Edelsteine rein. Und dann würde ich die natürlich auch irgendwann mal reinigen. Und zwar würde ich die nicht nur reinigen im Sinne von ein bisschen abstauben, sondern du willst ja auch deine Edelsteine entladen. Und das war für mich immer früher so, hä, entladen? Was soll das denn jetzt sein? Und ist Reinigen und Entladen das Gleiche? Mittlerweile habe ich es so verstanden, dass Reinigen und Entladen eigentlich das Gleiche ist und wir immer eine energetische Reinigung meinen. Natürlich kannst du ältere Stücke, die du nach langem mal wieder gefunden hast und in der hintersten Sofa-Ritze irgendwie ausgegraben hast, waschen und vielleicht mit der Zahnbürste reinigen. Das mache ich immer ganz gerne mit meinen Amethyst-Drusen beispielsweise, aber die meisten muss ich eigentlich nie mit der Zahnbürste sauber machen, sondern da reicht eigentlich auch Wasser. Und ich reinige auch sehr selten meine Edelsteine mit Wasser. Also wir halten fest, Entladen und Reinigen beziehungsweise energetisch Reinigen meint eigentlich das Gleiche. Und wie ich sie energetisch reinige, ist hauptsächlich durch Täter-Healing und durch meine Intuition, da komme ich gleich noch dazu. Ansonsten habe ich eine Amethyst-Drusen. Das ist eine Amethyst-Platte sozusagen, aber mit ganz vielen Zacken. Und ich habe mal gelesen, dass diese Zacken wie so eine Art Energieaustausch machen und dann die Edelsteine auf der Amethyst-Drusen reinigen und dabei auch noch energetisch aufladen. Damit deine Amethyst-Drusen auch wirklich einsatzbereit ist, würde ich sie ab und zu mal ins Mondlicht legen und sie auch aufladen lassen. Und die Amethyst-Drusen, das ist wirklich mein All-Time-Favorite, um Edelsteine energetisch zu reinigen und sie aufzuladen. Und ansonsten nehme ich einfach meine eigenen Kräfte beziehungsweise mache das einfach mit Täter-Healing und meiner eigenen Intuition. Du kannst deine Edelsteine auch noch abspülen und visualisieren, dass das Wasser alle Informationen abwäscht, die nicht mehr im Edelstein sein sollen. Du kannst sie auch einige Minuten im Wasser einlegen und kannst das Wasser auch programmieren beziehungsweise idealerweise machst du das alles mit einer Intention, dass du dem Wasser zum Beispiel sagst, hey, Wasser, nimm bitte von den Edelsteinen alle Fremdinformationen auf und reinige meine Edelsteine. Aber manche Edelsteine mögen auch kein Wasser, deswegen solltest du immer dich ein bisschen informieren, was du mit deinen Edelsteinen machen kannst und mit was nicht. Und Schmuck kannst du ja auch meistens nicht so leicht ins Wasser legen. Aber hey, es gibt ganz, ganz viele andere Optionen noch, zum Beispiel Räuchern mit Kräutern oder mit Palo Santo. Weißer Salbei wird auch sehr gerne genommen und du kannst dann einfach den Edelstein oder deine Edelsteine in den Rauch halten oder da drüber smudgen. Wenn du zum Beispiel so einen Kräuter-Smudge-Stick hast oder weißen Salbei, der du zusammengebunden hast und dann machst du da einfach deine Magic mit und kannst vielleicht auch das Unendlichkeitszeichen mit dem Stick machen. Das mache ich irgendwie voll gerne immer. In alles eine liegende Acht bringen. Das macht irgendwie voll viel Spaß. Visualisierung. All Heilmittel für gefühlt alles. Du stellst dir einfach vor, wie der Edelstein gereinigt wird, ob du es jetzt mit Wasser machst oder mit Räuchern oder einfach nur die Visualisierung itself. Du kannst da total kreativ sein. Du kannst dir vorstellen, wie dein Edelstein in einer Lichtdusche gereinigt wird, wie eine goldene Spirale um den Edelstein drumherum geht oder eine heilende Energiewelle oder du würdest deine Spirits um Hilfe, dass die die Edelsteine reinigen sollen. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Du kannst deine Edelsteine auch in Salz stellen oder in Salzwasser. Aber ganz ehrlich, Leute, das habe ich schon so oft gehört, aber ich denke mir so, das würde ich niemals machen. Niemals. Ich finde, Salz ist sehr, sehr, oder es kann sehr aggressiv sein. Ich denke mir so, hä, es gibt andere Methoden und ich würde da nicht so das Risiko, in Anführungsstrichen, eingehen, dass es so meine Edelsteine schädigt. Ja. Fühle ich auf jeden Fall nicht, dass ich das machen möchte, aber vielleicht denkst du dir so, ja, 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 Salz. Finde ich mega super. Alright. In der Erde vergraben. Also unsere Erde ist ein absolutes Multitalent und nimmt auch jegliche Bad Vibes aus unseren Edelsteinen auf. Du kannst die Edelsteine zum Beispiel vergraben, was ich aber nie mache, weil die dann ja auch irgendwie dreckig sind. Du kannst sie natürlich dann waschen, aber ich mache es halt nicht. Kannst du aber tun. Das soll auch sehr, sehr powerful sein. Eine andere Sache, die generell täglich bei mir läuft, sind Frequenzen. Und es gibt auf YouTube ganz, ganz, ganz viele coole Sounds zum Reinigen oder ein Ohm-Sound geht immer und reinigt dabei auch noch das ganze Zimmer oder wahrscheinlich auch das ganze Haus. Ich habe mal gelesen, man soll einen Ohm-Sound im Idealfall für 24 Stunden durchlaufen lassen und ja, vielleicht bist du irgendwie mal irgendwo zu Besuch oder kannst es einfach laufen lassen, wenn du nicht da bist oder wenn du da bist. Das ist natürlich auch immer total schön. Gib einfach mal bei YouTube Ohm-Sound ein und ansonsten habe ich auch einen Blogartikel wieder dazu geschrieben, wo du einfach ein paar coole Frequenzen findest und das gehört auf jeden Fall auch noch zu meiner Habit-Liste dazu, dass ich jeden Tag ein paar Frequenzen höre und ja, irgendwie gehört das für mich total dazu, mich mit heilenden Frequenzen aufzuladen und mich zu umgeben und wenn ich zum Beispiel meine Abendroutine mache, dann laufen meistens auch Teterwaves oder 432 Hertz oder verschiedene andere Sachen, die irgendwie so als Healing gelten. Das ist auch wieder so eine Sache von der eigenen Wahrheit. Ich glaube da dran, dass mich das irgendwie so ein bisschen mehr beruhigt und macht ja auch total viel Sinn und deswegen laufen sowieso abends immer so Healing Frequencies und ja, meine Edelsteine freuen sich, würde ich sagen. Auf jeden Fall würde ich dir bei diesem ganzen Reinigungs-Stuff empfehlen, immer ein Fenster aufzulassen, wenn du zum Beispiel räucherst oder Frequenzen deine Edelsteine reinigen oder auch die Energien in deinem Zimmer. Damit die Bad Vibes oder Energien, die du nicht mehr da haben willst um dich, dass die dann einfach durch das Fenster die Düse machen können. Und mein Mittel für alles, Teterhealing, ich verbinde mich mit der Quelle und weise die Reinigung und Aufladung meiner Edelsteine an. Mit Teterhealing kann man wirklich eigentlich alles machen. Deswegen ist es für mich ein super kraftvolles Tool in meinem Leben, für die Verbindung mit mir selbst, aber auch Glaubenssätze aus meinem System rauszulöschen und auch mit meinen Klienten einfach immer wieder einzuchecken, okay, welche Glaubenssätze sind da noch in meinem System, von meinen Ahnen, Ahnen, aus anderen Leben, genetischer Natur, einfach da, um aufzuräumen und das Unterbewusstsein neu zu programmieren. Wenn du da Interesse hast und eine Teterhealing Session bei mir buchen möchtest, dann geh gerne auf meine Website aliveandwonderland.com mit Binnenstrichen oder schreib mir sehr, sehr gerne eine Nachricht bei Instagram, da freue ich mich sehr, sehr drüber und wir programmieren super gerne zusammen dein Unterbewusstsein um. Okay, kommen wir zu dem Thema Edelsteine aufladen. Es ist ähnlich, ja. Es gibt Methoden, die du für die Reinigung, aber auch zum Aufladen verwenden kannst. Zum einen sind das heilende Frequenzen, 432 Hertz. Es gibt aber noch andere Zahlenkombinationen, sage ich jetzt mal, die für eine bestimmte Wirkung sorgen. Du kannst auch Mantren hören. Ich liebe einfach meine Mantren-Playlist bei Spotify. Die kann ich dir auch sehr gerne in den Show Notes verlinken, wenn du da so ein bisschen Inspiration möchtest. Auch gut zum Singen. Einfach auch, um deinen Hals- beziehungsweise Kehlschakar zu reinigen. Always good, Leute. Also heilende Frequenzen. Damit kannst du deine Edelsteine aufladen. Dann hatte ich schon mal von dem Vollmondbad gesprochen und zwar liebt meine Amethystentruse hin und wieder ein kleines Bad im Vollmondlicht. Und ja, ich habe irgendwann mal gelesen, dass Amethysten den Vollmond ganz, ganz toll finden. Und du kannst natürlich auch zum Neumond deine Edelsteine rauslegen. Dann haben sie eine andere Energie als zum Vollmond. Aber genau das würde ich halt einfach gucken. Hör da auf deine Intuition. Ich lege sie auch nicht jeden Vollmond raus und ich will mir da jetzt auch keinen Stress mehr machen, weil ich mir früher mal dachte, oh, okay, Vollmondnacht, Neumondnacht, oh mein Gott, schnell alle Edelsteine zusammentrommeln und dann irgendwie nach draußen. Und ich denke mir so, manchmal hast du einfach gar nicht so einen richtigen Platz oder keinen Bock, irgendwie alle einzusammeln. Und wenn ich das zum Beispiel mit Heterhealing mache, dann hat jeder Edelstein einfach trotzdem noch seinen eigenen Ort. Oder letztens habe ich sie ja halt mal wieder mit Wasser gewaschen beziehungsweise gereinigt und visualisiere dann einfach, wie das Wasser die Informationen von den Edelsteinen abspült und dass ich dann alle zusammen vor mir habe, ich in eine Meditation gehe und dann mit der Theta-Healing-Technik die Edelsteine mit wundervoller Heilungsenergie auflade. Und wenn ich meine Reiki-Healing-Sessions auch habe mit Klienten, dann cleanse ich natürlich auch immer meine Edelsteine, weil das auch ein Teilelement der Chakra-Reading-Behandlung ist, dass ich mir so ein kleines Chart aufmale von der Person mit den einzelnen Chakrenpunkten und ich dann Edelsteine auf das Chart lege, um einfach die Energie der Edelsteine zu verwenden, um mehr Heilungsenergie in die verschiedenen Chakren zu bringen. Okay, der nächste Punkt ist Intention und Worte. Und ich meine, alles in unserem Leben ist irgendwo Schwingung und Frequenz, genauso halt auch eine Intention oder deine Worte. Deine Sprache ist Energie und überleg dir einfach, wobei dich deine Edelsteine unterstützen sollen und programmier sie dann mit den Frequenzen deiner Worte. Also Liebe, Freiheit, Balance, Abundance, Prosperity, all das, was sich für dich stimmig anfühlt und damit programmierst du dann deine Edelsteine. Du kannst auch eine passende Intention finden, zum Beispiel Lieber Zitrin, danke, dass du mich dabei unterstützt, mein Herzensbusiness erfolgreich zu machen und dass du das einfach fühlst und es kommt dir gar nicht so viel drauf an, jetzt eine wortgewandte Meisterleistung zu erzeugen, sondern es kommt einfach darauf an, wie du etwas sagst und dass du das fühlst, dass du das einfach nicht so halbherzig machst und dir denkst, okay, hier, ich gucke mal auf die Uhr noch fünf Minuten, dann muss ich weg und ich will hier noch schnell meine Edelsteine programmieren. Nimm dir einfach kurz Zeit dafür und mach es halt richtig. Der nächste Punkt ist die sanfte Morgensonne, aber sei vorsichtig mit der Sonne, ja. Manche Edelsteine mögen die Sonne und manche mögen sie nicht so gerne. Ein Bergkristall oder Quarze kannst du mega gut in der Sonne aufladen, aber wie bei uns Menschen leg sie halt einfach nicht in die Mittagssonne und leg im Idealfall auch keine Amethystendruse oder Amethystengenerell oder dunkle Steine in die Mittagssonne. Generell niemals Mittagssonne, wie bei uns Menschen genauso. Und da nimm einfach eine sanfte Morgensonne oder eine sanfte Abendsonne. Wie gesagt, dunkle Steine eher nicht so in die Sonne legen. Wir haben ja den Mond auch noch und wir haben auch andere tausend Millionen Möglichkeiten noch, um unsere Edelsteine zu reinigen und aufzuladen. Und ja, die Morgen- und Abendsonne hat einfach eine ganz, ganz besondere Energie, aber ich will ja nicht meine Aufstehzeit von meinen Edelsteinen abhängig machen, deswegen mache ich das wirklich nie. Ansonsten, wenn du Reiki beherrschst und Reiki gelernt hast, dann kannst du auch mit der universellen Lebensenergie arbeiten und bade darin. Einfach deine Edelsteine in der kostbaren Reiki-Energie und auch wieder hier Visualisierung. Natürlich kannst du hier visualisieren, dass deine Edelsteine mit den besten Vibes aufgeladen werden und wir gehen in The Cosmic Connection, meinem 1 zu 1 Hellsinne-Psychic-Training, auch immer sehr individuell auf verschiedene Brain-Stretching, Visualisierungsübungen drauf ein, dass du deine Hellsinne trainierst und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Visualisieren sind einfach immer wieder diese Übungen zu machen und ich liebe einfach das Thema Hellsinne, was wir alles mit Hellsinne machen können. Einmal natürlich mit unserer eigenen Magic Edelsteine aufladen, Edelsteine reinigen, du kannst manifestieren, machen wir sowieso die ganze Zeit, aber indem du einfach genaue Visualisierung in deinem Kopf kreierst und dir das vorschnellst und du einfach da voll so voll die Meisterin darin wirst, das glasklar zu visualisieren, natürlich wird da auch das alles in dein Leben kommen, weil du das dir schon genauso ausgemalt hast. Deswegen, wenn dich das ruft, wenn du deine Hellsinne trainieren willst, wenn du dich mehr mit dir verbinden willst, wenn du dich mehr mit der geistigen Welt auch verbinden willst, ja, dann komm super, super gerne in meine 1 zu 1 Journey The Cosmic Connection. Auch hier, geh einfach auf meine Webseite oder schreib mir eine DM bei Instagram. Yes. Die beste Methode, Leute, also die beste Methode, wie du deine Edelsteine reinigst und auflädst, ist, surprise, surprise, deine Intuition, deine Intuition, die dir sagt, wann und wie du deine Edelsteine reinigst und aufladen kannst und dann wird das eine Sache sein, die easy peasy ist, weil du es einfach mit deiner eigenen Magic machst. du weißt dann einfach aus dir heraus, ah ja, okay, dieser Edelstein möchte jetzt gereinigt werden oder dieser Edelstein, irgendwas ist mit dem oder du hast nicht so eine Verbindung zu dem Edelstein oder du kannst mit dem kommunizieren und du kannst die Energie der Edelsteine channeln und dich einfach mit ihnen verbinden und mit ihnen kommunizieren. und ich finde das einfach total abgefahren und habe einfach eine riesige Passion für das Thema Edelsteine. Ich habe auch eine Ausbildung mit Kristallen gemacht, Crystal Layout of the Soul, wo wir ein Energienetz erstellen durch Edelsteine, mit dem wir durch ein Portal reisen beziehungsweise stehen die Edelsteine unterstützend einfach beiseite und dann reist man durch ein Portal in andere Leben und da konnte ich auch schon sehr, sehr spannende Erfahrungen mit erzielen. Also ja, das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Thema, finde ich einfach Edelsteine und hatte auch selbst schon sehr trippy Erfahrungen mit Edelsteinen. also ja, deswegen liegt mir das natürlich total am Herzen, dass du da in deine Kraft kommst und visualisierend zu deiner Magic Disziplin machst, um deine Edelsteine selbst zu reinigen und aufzuladen und dass du deine Intuition stärkst, was dir einfach gefühlt jeder Situation in deinem Leben hilft und dich mehr mit dir verbindet und dass du einfach ein wundervolles erfülltes Leben führst. Alright, also mach dir keinen Stress wie ich früher, sondern bring einfach Bewusstsein und Energie in die Verbindung von dir und deinen Edelstein, mach keine Wissenschaft drauf, du brauchst eigentlich gar nichts außer dich selbst und alles, was du brauchst, ist auch noch in dir selbst und wenn du dazu mehr lernen möchtest, dann schreib mir einfach eine Nachricht, geh auf meine Website, schau dir meine Angebote an und ich freue mich total von dir zu hören und mich mit dir zu verbinden. Ich freue mich total über deinen Support bei Instagram, schau da gerne in die Slides zur heutigen Folge. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und teile ihn mit deinen Freunden und Freundinnen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Okay, das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Auf und gleich Annemarie.